Und dann geht's auch gleich wieder weiter mit Dinikon Racing! Drittes Rennen mit Trophy Race. Jungle Falls! Get ready! Da ist einer gegen Baumhofer. Willst du dich rufen? Ich triff damit zwar keinen, aber ich mach dir nichts. Das ist ja mal wesentlich einfacher als die Ich nehm alles zurück, der ist keinesfalls süß, der ist nur ätzend. Ich nehm mich schon so an kurz wen und erst das Walrus und die Kraken nicht ausregend sein. Oh Gott, ich will mir nicht an denken. Get ready! Cheetah, hier geblieben! Was willst du denn noch? Kriegst du einen? Ne? Aber hat ihm gar nichts getan, oder was? Was nicht? So muss dann, ne? Der Schlaß ist doch bei mir, was geht er gar nicht? Könnt ihr mal sehen, wie wenig ich fliegen will? Dass ich seh nicht loswerde. Dann ist das Trophy-Rings doch gleich erfolgreich überschliessen. Ich hoffe ja, dass das alles noch ein bisschen besser läuft. Schon süßiger hier. Nadilo, dann sperren wir die Sicht. Wuhu, Winner! Gleich draufgedrückt und weg. Easy peasy gewonnen. Das goldene Schwein. Hab auch ein Schweinchen hier vor mir sitzen. Mein süßes Schweinchen. Er ist nicht so böse wie Whispy. Nein, nein, nein. Schweinchen sind Liebetiere. Oh Mann. Tja. So, Exit! Raus hier, oder nein? Ich meine, das Bonus-Spiel. Für welches ich am Anfang schon eine Schüssel geholt hab. Was eher Zufall war. The first player who had three eggs with him. Also im Quartex der erste Spieler, der Spieler der drei Eier bei sich hatte, hat gewonnen. Oh je. Noch sowas, was mich aufregen wird. Get ready! Go! Ich bin mir sicher, dass es mich aufregen wird. Und... Pipsi! Wo ist mein Eierleger? Wie lege ich das Ei ab? Das ist die nächste Frage. Ja. Wie lege ich das Ei ab? Das ist schon mal die nächste Frage. Ja. Jetzt weiß ich auch, wie ich das Ei ablege. Okay. Die, 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 die. In meinem Falle mit Select. Wo wer hat ein Ei, wo ich klauen kann? Didi. Nein, er klaut zuerst. Nein, ich klau zuerst. Die, 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 die. Didi klaut mein Ei, der Pfosten. Nein. Nee, es ist zu spät. Komm nur. Ach, hast du ein Ei zum Ablegen oder was? Nein, es ist zu spät. Im Moment läuft's ja ganz gut. Die, die kommt immer zu spät. Und mit meinem Ei zu spät. Und mit meinem Ei zu spät. Das meine ich. Du wohnst den Voraussetz. Du wohnst den Voraussetz. Du wohnst den Voraussetz. Du wohnst den Voraussetz, ne? Aber nicht der Voraussetz. Ich glaube, die TT-Uhr. Ja, genau. We have three more to collect. Ja, auf dem TT-Amulett. Ja, schön. Den kann man übrigens auch als Fahrer freischalten. Die Uhr. Ich weiß aber nicht wie. Ich hab's mal gelesen irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr wie. So, jetzt kann ich hier raus. Nein, raus. Da ist Exelon. So viele Türen. Jetzt geht's in die Schneewelle. Das ist nämlich die zweite. Zum Walrus. Nee, es gibt's mal Herausforderungs-Rennen von Mr. Simba. Oder was ich wieder heiße. To test your driving skills, you must race me around the island. Was für Skills. Ich auch seit das ein Skill. Ich hab mir zu früh gedrückt. Ich hab doch kein Skill. Aber er hat es nicht keinen zu Schneewelle, den ich schon abhänge. Ich hab' den Frosch-Brett gefahren. Wo ist Picker für ne rosa Seite? He he. Wenn der Alarm ist auf seinem Teppich, dann hol ich ihn rein. Und auf der Stelle hab ich den... Oh. Sorry, Frosch. Jetzt hab ich den Frosch-Brett gefahren. Oh. 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 So. Was krieg ich jetzt von dir? In Hand von Arsch oder was? Oh. 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 Oh ne, Alter, sonst... ... geht's auf die Zwölf. Auf deine Hörner hier. Jetzt pass ich hier noch ein drittes hoch. Hello, Freund. Select your vehicle. Abracadabra. Abracadabra. Can I help you first? Nein, du musst dir nicht mehr helfen. Du musst dir selber helfen, würde ich sagen. Ein blauer Elefant hier, ey. So was hab ich auch nicht gesehen. Und ich hab nicht gekifft, Leute. Was ich übrigens nie mache. Das sollte man auch nicht. Ich bin ein straight edge lebender Mensch. Snowflake Mountain. So. Everforce Peak. Jetzt fängt die Scheiße schon an. Fliegen und später dann noch mit dem Hovercraft fahren. Oh, scheiße. Wie ich mich drauf freue. Juhu. Mit dem Rosa 4. Genau. Mal gar keinen super Ström. Fliegen und später noch mit dem Hovercraft fahren. Oh, fliegt gleich meine Baume. Ist auch sehr gut. Ich denke immer, dieser Funk ist der Entenkanze am Anfang. Jetzt würde ich aber gleich. Dum, 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 dum. Oh, jetzt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist ein bisschen Entenkanze, finde ich. Warte mal, du. Wirst du, warum sie Entenkanze singen. Ne, enthiel? Gibst mal nicht wie dein Daumen pipzi so. Ah, rüberpipsen! Die Musik ist echt geil, die macht echt gute Laune. Bei Yoshis Identity zwar auch, aber die nervt mit der Zeit. Die hier nicht, die ist immer gut. Jazzy muss doch viel gelernt, sonst wird das noch ganz schön... Bescheiden, ich sag nur bei dem Dinosaurier, dann bei dem Boss in der vierten Welt. Das wird nicht schön, wenn ich das fliegen, das ist eigentlich besser gelernt. Äh, wieso Piepzie nicht so unbüßig, wenn ich auf den Elkopf klicke? Ich drücke auf die Knöppchen! Piepzie, mach mal, was ich will sagen. Ja, das sollst du machen. Du musst dich halt das Ding einfach gedrückt. Jetzt macht's das, ne? Okay. Ja, dann fliegt gleich mal wieder dein Baum. Schön! Nööööö, ich will dich gar nicht mehr sehen! Hab dich schon genug gesehen! Everflowers Peaks, äh! Nächste Runde, wussi! Da! Verrus Cove war, Verrus. Das fängt schon an. Ich werd auch gleich zum Verrus. Verrus Cove. Ich darf wieder fahren, super! Get ready! Boah, ja, Pumpe, ich bin wieder bescheust, ja. Geh mal weg! Hau mal ab! Hä, wie könnt ihr schneller sein, als ich? Cheater! Hm, jetzt sind daneben. Danke fürs Abschießen. Boah, so sollte man nicht fahren, Pipsi. Aber wir führen! Fein. Soll ich mal hier lang? Ja, so nicht. Scheiße, genau so sollte man nicht fahren. Jo, ich höre doch wieder diesen blöden Bomber hinter mir. Geht ja gar nicht, Freund. Wie ich fahre, wie eine Sockner. Genau, fahr da hoch. Kannste eh nicht. So. So war es richtig. Jetzt bräuchte ich das auch alles hinmachen. Wer will das vorstellen? Okay, hier müsste man... Ich glaube ich nicht zwingend den Knopf loslassen, weil es sonst zu... ...zu schnell ist. Ja, das war klar. Aber schon zu geschlungen. Schon zu geschlungen. Schon zu geschlungen. Trotzdem gewonnen! Erster! Wo du! Jo! Ich mach'n Cut, Leute. Bis dann! Oooh! HurFOidsing! न